Jetzt zeig mir das Grüße. Der nächste ist weg. Ich guck dich nicht an, nein, ich guck dich nicht an. So, weg mit dir. Wo ist er denn? Wo seid ihr alle? Haben wir überhaupt Fernkampfwaffen dabei? Äh, ich habe überhaupt... Ah, nur dann setz ihn doch ein, wenn du meinen Bogen hast. Nimm ihn! Töte sie! Wo ist der Drache überhaupt gerade? Ich weiß es nicht, ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Ich stell bloß gerade fest, ich habe absolut keine Fernkampfwaffe dabei, oder? Habe ich da in dem Rucksack noch was drin? Alle, die hier stehen, sind ausgeschieden. Ich war irgendwie der Erste. Aber ich bin jetzt nicht mehr alleine. Ich habe Gesellschaft. Ihr seid ja genau so ne Kack-Noobs. Also, von euch zwei habe ich das nicht erwartet. Hier. Von Raupe und von Dirk. Von denen habe ich längeres Durchhaltevermögen erwartet. Du, ich habe beim letzten End auch nichts mitgekriegt. Okay. Haben wir denn jetzt hier schon langsam ein bisschen Ruhe, was diese Heiler-Pfosten da angeht? Ja. Sieht ganz gut aus. So, und wo ist der Junge? Ja, das ist ne gute Frage. Der hat Angst. Ja, ich habe so irgendwie das böse Gefühl, dass er sich irgendwo verpackt hat. Okay. Kein Vokum. Ich bin hier grad schon so ein bisschen am Suchen. Hm. Also, wer den Nennerdachen einmal findet, der sollte irgendwo still rumfliegen. Puh, puh, puh. Wahrscheinlich in einen ungeladenen Chunk gerade. Ja. Das ist ne gute Frage. Ja. Oh. Hat sich verabscheut. Ich habe ihn hier irgendwo bei mir. Er ist doch gerade irgendwo unter der Insel. Ach, hier war er. Hier war er. Puh, puh, puh. Bei mir. Nein, Butze hat nicht gepust. Ja, hier ist halt grad alles explodiert. Ja, dann sollte er dann natürlich... Da ist er. Habt ihr ein bisschen viel Debitor und Dead Sheep geguckt? Oder was sollen die Hühner hier? Ach. Hoho. Ja, Invasion. Oh, das ist mutig. Stürzen wir uns auf ihn. Oh. Jo, der Nächste ist weg. Ja, ja. Ja, mit Schneewellen werfen. Gute Idee. Tschüss, Butze. Der ist aber böse, hm? Ja, also ganz dozent. Also, ich weiß nicht, ob so ein Ende der Sachen mit dem Namen JoDum böse klingt, aber... Ich glaub, der will nicht Kaffee trinken. Okay. Wenn wir den Nächsten, also wenn wir es ändern, nochmal neu machen, dann ist es noch schlimmer. Oder? Ey, Butze ist ja auch schon hier. Mhm. Ja. Ähm, Crazy. Sag mal so, für noch ein Nannerdrache und... Das war's. Danke. Den würden wir selbst jetzt nicht aushalten. Keine Ahnung mehr, wie das Ding funktioniert. Ich hab die hier so kaputt gemacht. Au. Crazy. Schau mal auf die Todesliste. Ja. Komm, wir mal nicht hinterher. Steht bei dir auch schon ganz oben, nur noch seit Deutschland 40, nicht mehr crazy? Nee, ich hab mich gelöscht. Ach, du bist tot. Das ist daneben. Verdammt. Du bist ja ein, oder? Phantomstiefel. Ähm, wie aktiviert man nochmal das scheiß Jetpack? Oh, jetzt kommen die nächsten Attacken. Jetzt kommen die Blitze dazu. Diese Mode. Alle drauf. Bäh, 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 bäh. Wo hab ich das denn draufgelegt? Ich krieg nicht. Ah. Weg ist er. Da kommt er. Oh, oh. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab das auf eine Taste mal gelegt. Wer hat hier im End gerade Ballons verteilt? Das sind die Endermans. Die Endermans hatten schwarze Ballons. Ja, ich war's nicht. Genau. Nein. Nein. Hat so ein Nano-Saber eigentlich viel Schaden? Das geht aber am Ende doch. Muss erst mal zu. Da kommt. Das ist noch die End. Den müssen wir noch runterkriegen. Ja. Das wird noch wohl einen Moment dauern. Wir könnten hier vielleicht auch mal direkt danach mal so einen schönen Ender-Dämonen beschwören. Blöderweise meinen Bogen weg verlegt. Ich weiß gar nicht. Baker, hast du bei mir die Folge gesehen, wo ich mir mal ein bisschen von Hardcore Expansion angeschaut habe? Wo ich das Buch gemacht habe? Teilweise ja. Ich glaub, die Folge hab ich leider nicht ganz gesehen. Das wäre jetzt vielleicht ganz praktisch gewesen, sie ganz zu sehen. Ich war... Ja, sagen wir's so. Das hätte dir eher weniger gebracht, weil du dieses Scheißbuch, da musst du erstmal alles freischalten, indem du diese ganzen Seiten findest. In Dungeon drohen. Ja, das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen, die Folge. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich weiß gar nicht wieso. Ich hab dich nicht aus Versehen umgeschlagen. Aber Baker, weißt du... Ich hab jetzt wieder was hier in die Kisten gepackt. Bist du am... Am Spawn oder wo bist du? Ach du heilige Scheiße! Ey, Leute. Bleibt jetzt! Bleibt in der Luft. Wie schafft er so... Das ist ein bisschen heftig. Ja. Soll ich was sagen? Das kommt auch alles vom Enderdrachen. Irgendwann holt er sich die Enderman. dazu. Ach stimmt, ja. Oh, Hilfe. Warte, jetzt... Und crazy. Warum sind die alle hinter mir her? Die sind hinter allen, ja. Die haben Akro auf alle. So, machen wir mal hier Nägel mit Köpfen. Ah. Das was, ähm... Was in der Aufnahme nicht geschafft hast? Ja, genau. Ich versuch's diesmal. Diesmal hinzukriegen. So. Ah. Ja, ja. Ist gut. Ist gut. Bleibt ihr unten. Was ist der Kerl denn? Oha. Aber der ist echt schon noch ne größere Herausforderung, ne? Ja. Gib ich dir recht. Na, da haben wir den. Da. Blaues Ausgang. Und crazy. Wie lange habe ich einen Single Player hergebracht, um Creator von denen zu töten? Eine halbe Stunde? Ja. Kommt gut hin. Und dann brauchen wir hier noch einen Industrial... Trill. Au! Ist das echter zu machen, Baker? Ich stell ihn mal da oben hin. Wir können den ja jederzeit noch aktivieren. Wenn's zu viel wird. Ich... Ich hab schon überlegt, ob ich die... Ob ich den Laser-Ding von IC2 rauspacke, aber... Ich glaub das wär dann wohl doch zu gemein, oder? Ja. Der hat sich irgendwie festgepackt, ne? Ja, lass ihn da, lass ihn da. Jetzt hast du erstmal Baker seine schöne Maschinerie... Ach du Scheiße, die Fledermäuse! Au! Ja. Ich seh's gerade. Was sind denn mit denen? Die sind da! Komm, ich darf nicht. Und dat ist die letzte Spezialattacke. Und es stell dir mal vor, wenn du hier alleine bist. Das ist echt nicht mehr schön. Hier geht's zu. Hm? Mei, mei. Aua, aua, aua. Ich seh' nichts mehr. Aua, aua. Das sind gerade ein bisschen viele, viele Fledermäuse, kann das sein? Ja. So enttäuscht das nur. So ganz dozent. Ähm, der heilt sich gerade wieder, ne? Der hat sich voll geheilt. Weiß wieso? Wegen den Blitzen. Nee. Diese Vampir-Fledermäuse, pro Schaden, die eine Fledermaus macht, heilt sich der Enderdrache. Oh, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist der Enderdrache wieder voll. Hä? 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 Vorsicht. Ja, der ist wieder full life. Hä? 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 Alter, was das Viech aber auch für ein Knockback hat. Ey, die Viecher sind echt nervig. Mhm. Jetzt sind wir vor, wir hätten nicht schon von vornherein im Display gehauen. Da, es hätte mit dem End nichts gegeben. Aber die Vampir-Fledermäuse waren auch bei uns am Besuch im End schon da, aber nicht in der Zahl, sag ich mal. Ja. Das ist nämlich, das ist dank dem versteckten Enderdragon. Der spawnte, glaub ich, dreimal so viele. Ich bin ja froh, dass ich ein ganz gutes Schwert mittlerweile habe. Äh, mein gutes Schwert habe. Okay. Was macht denn das Skelett hier? Hä? Es fragt sich, warum da kein Stroh liegt. Ja, genau. Also wenn es zu viel wird, dann könnte man Kill eingeben. Also Kill all. Das ist ja was für Mädchen. Wir machen das hier anders, wir machen das anders. Christian, das ist ja nur was für so ein Alex, ne? Ja. Okay, ich habe ein halbes Herz. Also, die haben bei mir 38 Leben runtergerattert. Lars, wo bist du? Ja. Hat er mich doch komplett wieder mit allem weggeschossen. Verdammte Axt. Also, das ist schon heftig. Also, da kommst du noch nicht mehr zum Aufbauen. Zumindest, ich sollte mir jetzt zuerst ins Inventar vielleicht legen und dann aufbauen, aber... Na ja, ich kann es noch mal probieren. Ich bin weg. Oh, ja, ja. Bis? Hier. Mieser Abhauer hier. Drück mit hier. Also, ich schaff hier mal mit so'n Power... Jo, ich bin wieder weg. Habt ihr immer den Endertrachen gesehen? Äh, ja, schau mal irgendwo am Ende in der Luft. Oh, ja. Ja, ich sehe es gerade. So, probieren wir es noch mal. Also. Schmeiß mich hier mal ein bisschen Inventar weg. Obsidian brauchen wir gar nicht. Eins zum brauchen wir gar nicht. Äh... Na, bist du auch wieder hier? Ja. Da. Dann... Ja, ist gut. Schmeiß mich halt weg. Ich gehe die Jungs mal mal unterstützen. Boah, hier geht's zu. Baker, was braucht man alles? Ich höre da schon wieder jemanden grummeln. In dem hier. Das ist nicht nett. Oh, oh. Da steht er. Also, Baker, was braucht man alles von IC2? Äh, von... ReadyCraft? Sag mal, ich... Ich bin gerade dabei. Wie kann man eigentlich... ein bisschen befreien. Frage, der Jetpack von... ... ... ... ... Wie kann man das anmachen? Mit, ähm... F, glaube ich, war das. Ja. Standard-Konfiguration ist es ein F. Genau. Das Problem hatte ich nämlich auch vorhin. Hm, bei mir war das auf Equals. Ähm... An einen meiner Zuschauer, der sieht nicht nur verpeilt aus, der ist auch irgendwie total verpeilt. Der ist total fertig mit der Schicht. Ähm... Nein, 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 nein. Das galt jetzt... Das galt jetzt ja nur an jemanden... ...aus meinem Stream. Okay. Was machen die ganzen Skelette hier? Hallo? Ich hätte gar nichts zu suchen. Da sind die alles von den toten Leuten. Uh. Hm. Mein Bogen ist echt weg. Ja. Oh, hier mein Austausch. Was ist jetzt am Mann? Nein. Ich habe ihm Schaden gemacht. Uh. Wir werden besser. Also, Baker. Ich habe die. Und dann noch die Munition. Moment, ich habe gerade hier auch... Boah, warte. Soll ich es noch besser machen? Wir haben, glaube ich, noch zu Hause einen Wizard-Start bereit, oder? Wir haben mehrere. So. Also, dann stellen wir nochmal hier auf. Schnell wie möglich. Output blau. Input hier. Dann ein Lever hier. Da. 8192. Dankeschön. Und hier. 8192. Zack. Ja, ist gut. Du auch. Weg mit dir. Ach, schnell. Ich habe die Munition. Schmeiß rein. Und leg die Schalte um. Wow. Die. Ja. Man sollte sich nicht vor das Teil stellen. Wie kommst du da gleich? Also das hat echt gut funktioniert. Muss ich schon sagen. Weil dann. Wir brauchen jetzt hoffentlich nur noch ein bisschen Moni... Äh. Woher steht denn das Ding überhaupt? Das Teil steht hier in der Luft. Ohne alles. Baker, das ist komplett wieder weg. Komplett wieder weg. Okay. Ja. Genauso wie mein Inventar. Ich habe nur noch eine Pfanne. Und das alte Mechanism Zeugs. Na gut. Ähm. Wer steht denn noch dort? Du zerstörst bist du? Crazy. Ich bin in der Luft da, ja. Ey, putier dich zu crazy. Gut. Da steht wirklich in die Luft. Das ist richtig. Der nächste ist weg. Ich muss ja auch was für meinen Counter tun. Ich muss nur einen Mining Racer verteilen. Ich finde das End nicht. Ich habe mich verirrt. Was weiß das gleich? Warp End. Ja. Warp End. Ausrufezeichen. Dann kommst du direkt ins End. Äh. Es kann wohl sein, dass du inzwischen irgendwo runter plumpst. Weil ja. Jetzt können wir uns zum Glück kommen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bisschen außerhalb. Weiß, warte. Ich geh jetzt mal schnell nach Hause. Gott. Ich hab dir immer noch keine effektive Waffe gefunden. Doch. Haben wir gerade eine. Äh. Ich brauch Baker, um mir das einstellen. Die kriegt sie nur nicht aufgebaut. Ja. You're doing it. Boom, alter. Das ist wirklich dumm, ne? Aua. Ahloch. Entschuldigung. Ich hab dem gar nichts getan. Wo ist denn das ganze Zeug hin? Ich hab alles hier. Okay. Darf ich mich mal ein bisschen noch unbeliebter machen? Da. So. Noch unbeliebter geht nicht. Gut. Auf. Na ja, danke. Ich dich auch. Ich mich auch. Von der anderen Seite hinsetzen. Oh. Okay. So. Ah. Danke. Gut. Gut. Das wird wohl etwas doof werden. Äh. FakeBank hat nur dein Ratschlag befolgt. Ist okay. Aber wie das, warum das hochgegangen ist, weiß ich nicht. Crazy. Ähm. Dass es nicht hochgegangen ist, sondern da war der Drache gerade unterwegs. Äh. Dreimal lasse raten, was ich dabei hab. Du musst einfach schneller bauen. Genau. Lass es. Arschig. Nein. Ja, dann leute ich noch mal. Was mir nur so an wirksamen Waffen haben. Ähm. Ich hab so ne tödliche Waffe dabei. Also irgendwas, irgendwas stimmt mit dem Item nicht, weil immer wenn ich das hinfass, explodiert das. Ähm. Dann solltest du den... Hallo Hamel. Baker? Ja. Wollen wir vielleicht mal gucken, ob der Wither irgendwas ausrichten kann? Der Wither? Bist du dir sicher? Aua. Au. Hey, hier liegen EP-Kacki-Kügelchen rum. Warte mal ganz kurz. Ich such mir hier die Sachen nochmal zusammen, speichere mal die Konfiguration ab. Das ist eine Railgun. Genau. Bist du wieder tot? Okay, das war's mit dem Wither. Da. Das brauch ich nochmal, Baker. Warte mal, ich sammel's grad zusammen. Ich sammel's grad zusammen. Komm gleich. Ähm. Evil. Dann ein... Eine... Industrial Coil. Die Cheat Variante. Oh. Einen... Also, ich will dir jetzt nichts sagen, aber ich find mein Kraftstein nicht mehr. Gut. Und... Und ich bin weg. Was war jetzt das? Crazy, stehst du nach da unten? Ja. Oh, gut. Ähm. Warte, da oben ist gerade Brache. Wo sind eigentlich die Todesreißer an? Back. Die hat er ausgeschaltet. Mit Absicht. Also, ich hab nix ausgeschaltet. Was? Die Sonnenbrille auf der Sonnenbrille. Ja. Das sieht bei meinem... Fibürchen immer ganz besonders toll aus. Weißt du was? Ich schieße mir mal einen Enderman. Schön, dass du den Weg gehst. Ja. Wow. Ich glaub, das kann man momentan gebrauchen, ne? Hä? Moment, was machst du da? Die schießt die anderen Leute ab. Alle mal aus dem Weg, aus dem Weg. Aus welchem Weg? Wo seid ihr denn? Aua, irgendwas haut mich hier schon wieder. Piu, 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 piu. Ja, oder was? Und wenn ja, warum? Und vor allem, wie viele? Willkommen beim Ender Dragon. Wer glaubt dir, der hat dich gerade abgeschossen. Das könnte doch auch sein. Ich finde, du... Liegen überall so ganz... Diamanten und sowas. Ja, hier liegt einiges an. Au, au, au. Nein, weg, weg. Also, die Methode ist nicht gut. Hat jemand noch eine gute Methode zum Töten? Vielleicht einen Juck. Hat jemand vielleicht einen Bogen oder so? Der muss aber... Wie soll der mit einer Nuke genau zielen? Alter, was... Was ist denn los hier? Bin ich vergiftet oder was? Au, das ist cool. Ah, er abgestoßen. Schnee. Er hat eine gute Variante. Ist erstmal ein Nano Saber. Das gibt es ja wohl nicht hier. Dann probier sie aus. Ich versuch's. Da ist er. Komm her. Fahne. Kriegst du jetzt mit der Fahne? Aua. Warum benutzen wir nicht einfach die Hand von Power... ...Suite? Das wäre eine Variante, ja. Ja, aber ich glaub's. Die Frage ist, hast du noch eine Hand? Oh, der ist dann nach unten geflogen. Okay. Also, ich würde sagen, das... ...wurde schon ordentlich zerbombt. Ja, also das sieht nicht mehr ganz so original aus. Ja. Au. Der stößt auch mal so schön weg. Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir mal so ein schönes Schicht, da wäre ein spektakuläres Ende, ne? Ja, also das ist wirklich... Das hat was. So, was könnte man denn da noch nehmen? Ah, genau. Ach, komm. Geh du weg, du blöde Skelett. Du hast überhaupt nichts zu melden hier. Wirklich, sonst ist mir der Bratpfanne übergezogen und ist gut. Komm her. Wir töten mich auch noch. Nicht mich töten, ich bin unschuldig. Pi, 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 pi. Ach, doch, du auch. Was? Wo sind der jetzt? So. Geh doch mal auf die altbewährten Sachen zurück. Lese. Nein, nein. Was, bin ich schon dabei? Nein, ich meine den ICTO-Laser. Den Meiling-Laser. Wir spielen jetzt nur mit Star-Wars. Okay. Ich spiel's da, wo es so schön ist, Gatter-Shopper. mal überlegen wie der funktionierte ich habe absolut keine funktionierte ach doch funktionierte der genau aber es ist eigentlich mit dem resum induction das gar nicht okay nehmen wir den hier habe ich den hier alles noch drin sag mal leute wie funktionierten der laser noch mal einfach recht schiff nö der macht nichts rechtsklick kannst du glaube ich um schlecht war möglich nö ich schieße mal ihr könnt euch hier in den kisten diese harz von dinger tinkers construct 9 ein bisschen mehr leben ich bin dann auch so ein bisschen schauen ob man vielleicht mal machen könnte ein bisschen länger zu überleben aber wir sind alle drauf alle drauf entsteht gott nach scheiße ich denn und der ist schnell oh ja ja ich bin könnte ich gewesen sein er kann damit schießen nämlich wieder das mit dem schließen ist gar nicht so leicht ja der mag mich auch nicht irgendwie nicht ja mal jede mal jede nicht irgendwie durch den gefühl und der zippel ist weg und der deutsch ist weg danke baker irgendwie weiß ich nicht irgendwie will er bei mir nicht das ist nicht so hält ich mal auf eine wolke da hast du bessere chancen mal gucken ob ich bis zur wolke noch kommen also noch andere dinge du kannst ja auch ein blog setzen genau wo ist er denn jetzt geschießt alles so schön ist ja nicht ich auch was von rat zu fahren ja langsam wird es wir sind bei der hälfte gehört zur gruppe ich schaue es mir an feig legen jetzt einfach bevor ich zurückgehe jetzt weil meine rüstung anziehen bei mir sind die schüsse so oberzeit versetzt ja das mag vielleicht mittlerweile dran liegen dass sie doch so ein paar leute auf dem server sind und dann wieder hoch 21 22 22 sekunden alter hat hier abgeht ja also das ist schon einfach nur rechtsklick einfach nur rechtsklick genau weißt du und ich sag dir noch ein paar kumpels von mir kommen vorbei ich finde es bestimmt lustig nö nö schon ordentlich in vorhalte da aber es kann doch sein dass es mit dem fliegen gleichzeitig zusammenhängt gleichzeitig fliegen und schießen ist ein bisschen schwierig das scheint irgendwie nicht ganz besser zu funktionieren wenn du fliegt irgendwas hat mich am brand gesteckt ja wenn da ein anderer laser trifft ok ich spawne mal nimmt euch diese dinger mit inkos construct herzkanister was für dinger inkos construct herzkanister in dem in der kiste die da steht bei uns ich weiß ja nicht was hier ein bieten nutzen würde haben wir denn noch so wie schalte ich denn nochmal um mit dem mode m also das war ursprünglich mal m aber haben wir hier in rotarycraft noch irgendwas was helfen könnte ich glaube nicht 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 bei dem drachen der chainsaw wäre vielleicht jetzt ganz praktischer muss man sagen wird der texas chainsaw massaker spielen ja 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 ach du kacke was war das denn für ein schuss ein one shot mhm kommst du mich wieder besuchen ja mhm oh da hallo raupe hallo raupe irgendwie mittlerweile eine ziemlich ziemlich hohen zeitversatz zum server also lag 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 mich fett genau sei blöd dein gedanke da er schießt auf irgendwas ich sehe dass er schießt aber ich sehe nicht worauf er schießt da schießt er grad hin da ist was okay das leckt hier grad im moment wirklich gewaltig guck mal was die koffer die ps sagen das ist ja mit dem apparat hier kann man damit nicht schaden machen ich sehe grad nicht welchen apparat du meinst das ist auch schon leer äh äh glaub wir nehmen das bald selber ins kreuzfeuer ja wir kommen grad nicht ans inventar ran ah kurzem macht das mit angel blocks coole idee ja ich sitze mal so ein paar hier Kinder können euch schon drauf stellen ok ich muss mal ganz kurz nebenbei noch ein bisschen hier äh unseren twitch chat lesen mhm das geht gar nicht drachig ich reconnecte mal ich reconnecte einfach mal ja mutten roshi das ist genauso ein epischer kampf wie unser kampf gegen den wither das war auch so ein ähm gewollt aber vorbereitet bis zum geht nicht mehr ja genau und funktioniert dann doch nicht so wie man so will äh ja gut ähm passt auch wir wollten ein bisschen was bieten hier und außerdem könnt ihr ein bisschen mitmachen also irgendwie war bei uns der kampf gegen den wither leicht ja komm wir hatten aber auch den kannst du uns truckdown durch aufgepusht ah ja aber es sieht doch schon ganz gut aus wir haben ihn ja knapp bei einem drittel hätte ich jetzt gesagt ja jetzt aber warten wenn die fledermäuse wieder kommen kann sich dann ganz schnell ändern ja stellt euch alle aufm block und ja allheimer junge es wird natürlich wieder den community server geben der wird wahrscheinlich auch zum ersten neunten sprich nächste woche montag wenn wir live wieder in farbe hier auf twitch sind und unsere neue staffel starten werdet ihr wahrscheinlich auch gleichzeitig uns auf dem community server begleiten können ach doch was du blödes teil nicht einfach so auf mich zufliegen hier ich lese links und du kommst rechts das ist unfair die wederhäuse der baum geht mir dabei nur so gerade bäm voll in die fresse durch den kopf der der Falle sind hier nicht in Ordnung der hat hier richtig durchs Blut ja der Regulier kann damit schaden die drei Jahre ist auch einmal kaputt die muss soll dann bleiben also am besten haben wir meine wäre das Gitterrein wie er nicht mehr schafft jetzt wie hast du was geschafft schau mal kurz wie ich gestorben bin ja sehr gut hast du es schön 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 ich bin so ein Spezialist ich bin hier nur über als Skelette stopp so irgendwie der der Laser hat nicht so die Durchschlagskraft ne ne das hat er nicht ja du musst in den Mode wechseln ja welcher Knopf weil wenn ich M drück komm ich komm ich woanders hin also hier zur Karte ja die Mode-Taste ist wahrscheinlich bei dir anders belegt ich bin hier gleich hin oh völlig daneben cool Amazon hat nicht Twitch gekauft das war nicht Amazon das war nein Google das war Google Google dieser Scheiß der komische Kackverein ja der mit dem wir Abermilliarden an Phantastiliaten verdient ja so viel Geld dass ich sogar 25 Euro an ALS Krams gedöhnt spenden konnte ja da fliegen Skelette vom Himmel jetzt guck ich mir das an wo der Knopf ist mit dem ich wieder mal gestorben bin Industrial Craft genau O switch M muss ich mal eine Tasse legen X so schon ja M Mikolon ja danke du blödes Drachenfieder du links da ok Eiger würdest du bitte aus mir raus gehen es wird lustig Leute was wird lustig hab doch nen Wisser dazu geholt ach nö warum hast du das gemacht warum äh die greifen sich doch gegenseitig an echt ja kam das nicht so miteinander oder äh man braucht das Geld oder ach bei mir ist es J J wieso J na gut na genau äh äh die Light Light genau J J J J J nein J J sagt mein Client auf wieder tschüss ah ah nicht ganz flying is not in Abelland das ist aber auch gut ja das hatte ich auch schon na gut hab ich jetzt genommen die Tasse nein den und dann ja ich glaube ich kann es nur auf deinem eigenen Server ähm wo weiß ich gar nicht aber gut das ist live da muss man durch ähm geht der eigentlich auch irgendwann kaputt oder ist das einfach nur so hm normalerweise sollte der auch irgendwann kaputt gehen aber ähm entweder haben wir es nicht drauf oder der ist böse ich würde sagen der ist böse gut hat mir auch schon gedacht ah ist nix mehr da in der Kiste ist mein Block da aber ich habe jetzt noch ein Witzern erzähl ähm crazy und ich habe das weiterhin mal getestet bei mir im Singleplayer ja und der war nach einer nur nach einer halben Stunde war der weg ja ich kann das vielleicht sein dass er aufgrund der Menge der Leute hier ein bisschen gegen gegen den Fledermäusen denke ich jetzt mal oh ich brenne immer wieder heilen und der Wizard kann irgendwie auch nicht viel ausrichten ja der hat aber bei mir auf jeden Fall im Singleplayer mehr ausgerichtet ich rotz hier einfach jetzt mit Scatter umher Scatter stirb oder ich brenne du brennst ok mir brennt der Helm na komm her also irgendwie Scatter ist jetzt auch nicht so die Boot Explosive ey ich hab das echt drauf ne ich hab das drauf drauf oh ich seh jetzt Wither bei mir oh wollte ich jetzt nicht Losewitz glaub ich auch nicht lass den Wizard in Ruhe der Wizard ist doch gut für uns theoretisch ja aber er ist zu lahmarschig den Wizard nicht mach äh putz ich glaub die Herzen kannst du sein lassen die bleiben immer wieder da ja wir waren leer grade also ja ne wenn du stirbst ähm werden die bleiben die ja da die ließ man ja nicht ja aber trotzdem war die Kiste leer ja hat sich halt jeder was rausgenommen wahrscheinlich nehm ich mal spielen da muss ich ja nachfüllen jo naja ist aber nur ein bisschen dumm wenn jeder dann halt dann der nächste tot wird ne ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe du lässt er einfach drin jo na gut wo ist er ja 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 long range klingt gut ne so jetzt sind erstmal genug drin da baut sich hier erstmal was ja das muss ja auch gut aussehen ne hier allheimer jung jo so und da hat ihn der drache mal kurz an von der plattform geschossen jo jetzt kriege ich hier nur noch die 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 live anzeige vom wizard plötzlich wo ist er denn ich höre ihn aber ich seh ihn nicht was ich seh ihn aber ich seh ihn nicht oder was war's nein ich höre ihn aber seh ihn nicht da ist er so nein ich bin so dumm da waren sie schon mein angelblock weggeschossen alter das war ja höchste mast würde ich sagen Hof lass nicht rein du nicht du musst ja noch ein bisschen glas haben oder so oh oh warum brenn ich denn jetzt oh oh tschuldigung alzheimer tut mir leid tut mir leid wurde reingeflogen tut mir leid dein Haus naja Haus ok sollte es werden hier ist hier ist Sheldonite das möchte ich haben Sheldonite ist cool genau sieht noch ein Wither umher so da brennt einer na na da ja also Long Range ist auch nicht so unbedingt das Ultimum hab ich so das empfinden ja danke hat mich der Wither abgeschossen Hallo Wither mit dir hab ich überhaupt keine Karten offen so Glück auf ein Haus im Neta ja hab ich mal irgendwas gelesen da hat sich einer mal beschwert damals ach schon ganz lange her steckte minecraft quasi noch in den kindertun er wollte dann unbedingt autark von allem im Neta leben ok er hat sich beschwert er hat sich beschwert dass das nicht funktioniert ok nö weil du das war zu der Zeit als ähm du schon Nahrung gebraucht hast mhm du hast ja anfangs keine Nahrung also ja kannst du glaub ich immer noch nicht im Neta anbauen oder ich wüsste jetzt nichts was im Neta geht mhm ist es noch ein bisschen kalt dafür oder warm also soweit ich weiß ist äh Neta heiß und ent warm äh kalt genau er sagt ja hm hm wo ist er wo ist er da ich hab ich hab ne ultimative Waffe rausgefunden weiter äh The Power Fist von Power Suit mit der Railgun auf 100% ok es macht dem Enderdrachen ein Pixel Schaden echt ein ganzer Pixel wow 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 muss aber erstmal achso hier steht ein Tinkertable aber da brauch ich ja erstmal die ganze Rüstung dafür ne ne ich hab nur die Hand Bratzefatzelär auf 100% oder nicht ich bin ein Creative hm 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 das sind die Kiddies Grip Kiddies Grip Kiddies hier genau alter long range ist irgendwie wirklich nicht so superheat 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 rutschen ja irgendwas muss es doch geben vielleicht in dem die Needle Gunner aber die funktioniert überhaupt nicht in dem Mod vielleicht noch irgendwas drin hm hm ich hätte ne Idee crazy eine Nuke Bane of Pigs ein Ding das könnte vielleicht doch nur eine Idee sein der Kladow hat grad geschrieben 4 bis 6 News dann hat sich das hm hat Signal Player getestet? also ich hab für den Unfall verwirklicht die allerletzte Waffe ein Schlag und hat fliegt jetzt weg schon lange nicht mal gesehen guten Tag was denn guten Tag bewegliches Ziel muss töten wow ist nicht wiegt sich grad nicht ah ich hab zumindest wieder ne Anzeige dir auch ah ja was soll denn da kam er doch eben irgendwo ich muss ihn nur noch treffen dann ist er weg ah ja das war er doch vorhin schon mal fast dachte ich hätte nicht irgendeiner gesagt mit den Fledermäusen und so dass die ihn heilen oder sowas ja wir haben aber da jetzt ne Idee mit 2 Millionen Schaden könnten wir es vielleicht schaffen wie denn was denn Bane of Pigs gleich haben wir ihn daraus so genau das ist ne Bratwander von Teekans und zwar kannst du nur einen Truhen finden die ist scheiß OP die stärkste Waffe die es überhaupt gibt das ist voll OP 2 Millionen Schaden voll OP ja komm da geht er da geht er umme ah boah juhu 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 heftige Scheiße es war genug juhu 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 fang mal bei euch an dosch kann man machen portal steht ja mach doch mal ein schräger home oder wie auch immer du das möchtest juhu 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 bis juhu juhu man brachte hier unten diesen wundervollen fusionsreaktor der es nicht geschafft hat fertiggestellt zu werden warum nicht hat man der zeit nicht gereicht wir haben außerdem haben wir nur 65 zentrum zusammen bekommen sagen wir so hätten vielleicht ein reaktor noch fertig machen können aber treibstoff das wäre in die hose gegangen ein rein jetzt so mich wie lange habt jetzt dran gesessen ich sag mal knapp anderthalb wochen ja in den folgen waren es folgen waren das es waren auf jeden fall drei aufnahmen mindestens ja wisst du was wollen wir fertig bauen ich hab da so ein komisches gefühl was sie hier bald machen es steht eine asu